Und ich begrüße dazu jetzt ÖVP Innenminister Gerhard Karner live mit mir im Studio, guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Minister, Ihre Partei bemüht sich sehr, das alles zu einem Kickl- und FPÖ-Skandal zu machen. Tatsächlich aber wird das Innenministerium mit Ausnahme der kurzen Amtszeit Kickls seit 24 Jahren von acht ÖVP Innenministern geführt, von Ernst Strasser, dessen Sprecher Sie einst waren, bis zu Ihnen. Und auch in jener Zeit, in der diese ganze Russlandspionage offensichtlich begonnen hat. Sollten wir nicht auch über die Verantwortung Ihrer Partei, der ÖVP, sprechen? Sie haben sehr intensiv jetzt über den Nationalen Sicherheitsrat berichtet, der heute getagt hat, der vertraulich ist, daher kann ich nicht darüber berichten. Warum hat der Nationalen Sicherheitsrat heute getagt? Weil es vor wenigen Tagen zu einer Verhaftung gekommen ist. Zu einer Verhaftung ist es gekommen, aufgrund von fast vier Jahren andauernden Ermittlungen, der sogenannten AG Pharma. Die AG Pharma ist eine Arbeitsgemeinschaft, Ermittlungsgruppe, bestehend aus dem Bundeskriminalamt, dem Staatsschutz, dem Nachrichtendienst und auch der Korruptionsbekämpfung. Und die hat eben hohe, intensive Ermittlungen durchgeführt, sodass es jetzt vor wenigen Tagen zu einer Verhaftung auch ganz konkret gekommen ist. Ein Haftbefehl, der fast 100 Seiten in sich trägt, mit schwerwiegenden Vorwürfen. Sie haben intensiv darüber berichtet, wo wir jetzt in weit mitten der Ermittlungen stehen, die Vorwürfe wiegen wirklich schwer. Genau, und über das haben wir ausführlich berichtet. Und begonnen hat das alles offensichtlich 2016, 2017, in einer Zeit, in der die ÖVP das Ministerium geführt hat. Und da wurde jetzt sieben Jahre lang ermittelt. Sieben Jahre lang. Wie lange kann das dauern? 2017 hat es die erste Suspendierung des Herrn Egisto Ott gegeben im BVD. Und Faktum ist, und das habe ich auch heute gesagt, meine Aufgabe als Innenminister ist, nicht zu ermitteln, sondern sicherzustellen, dass eine politisch unabhängige, konsequente, restlose Klärung dieses schwerwiegenden Falles auch stattfindet. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Ziel. Aber die Aufgabe Ihrer Behörden ist es zu ermitteln, und die Frage ist doch, 2017 wurde Herr Ott suspendiert, weil es schon den Verdacht gab, dass er für Russland spioniert. Kurz darauf wurde er wieder eingesetzt, nicht im BVD, aber im Innenministerium. Nicht eingesetzt, Herr Wolf, Sie wissen, der Bundesverwaltungsgerichtshof hat diese Suspendierung aufgehoben. Offensichtlich, offensichtlich, weil das Innenministerium zu wenige Belege herbeigebracht hat. Jetzt wissen wir aber mittlerweile aus Ihrem eigenen Haftbefehl, dass Herr Ott hunderte Abfragen damals schon getätigt hat. Zehntausende Haftbefehl erteilt die Justiz. Die Staatsanwaltschaft aber irgendwas auf Basisermittlungen ihrer Behörden. Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Und das ist jetzt aber wirklich ein Teil. Nein, das ist ein wichtiges, das ist ein sensibler Fall, ein höchst sensibler Fall, wo wir ganz korrekt zwischen den polizeilichen Ermittlungen und dem, was die Justiz anordnet, auch unterscheiden müssen. Und jetzt war es möglich, durch penibelste, akribische Ermittlungen auch einen Haftbefehl durch die Justiz erstellen zu lassen, so dass es jetzt zur Verhaftung gekommen ist. Herr Kahn, ich habe meine Frage noch nicht fertiggestellt. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis das aufgedeckt wurde, weil Herr Ott hat offensichtlich schon 2016, 2017 hunderte illegale Abfragen gemacht, hat Zehntausende Euro dafür bekommen und trotzdem haben Ihre Behörden oder die Behörden Ihrer Vorgänger nicht genügend Belege offenbar herbeigebracht, damit man ihn dauerhaft suspendieren kann. Wie ist denn das möglich? Sie haben völlig recht, es gibt sehr viele Vorwürfe und viele davon werden jetzt aufgedeckt. Und der Herr Bundespräsident hat heute gesagt, seien wir doch froh, dass etwas aufgedeckt wurde. Jetzt ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft in enger Abstimmung mit der AG Pharma, das ist dieser Name dieser Ermittlungsgruppe im Bundeskriminalamt, dass diese Dinge restlos und lückenlos konsequent aufgeklärt werden. 2017 Suspendierung, jetzt Verhaftung. Das sind sieben Jahre dazwischen. Ja, er wurde auch sehr rasch suspendiert. Er wird trotzdem weitergemacht, im Innenministerium. Es hat Ermittlungen gegeben und seit 2020 wurde die AG Pharma damals gegründet. Drei Jahre später? Vier Jahre fast. Vier Jahre wurde die AG Pharma ermittelt, sodass es jetzt zu dieser Verhaftung gekommen ist. Und davor wurde auch bereits im Bundeskriminalamt und durch das BAK, das ist die Beschwerdestelle und Präventionsstelle, im Innenministerium auch bereits ermittelt. Also so zu tun, als ob hier nichts passiert wäre, das kann und will ich so nicht stehen lassen, weil das, was jetzt passiert ist, nämlich die Verhaftung mit den schwerwiegenden Verwürfen, warum der Nationale Sicherheitsrat heute getagt hat, ist Ergebnis akribischer, genauer polizeilicher Ermittlungen und auch den wiederhergestellten internationalen Vertrauen. Aber so akribisch können die Ermittlungen nicht gewesen sein, wenn Herr Ott in dieser Zeit die ganze Zeit all diese Abfragen und Datenverkäufe weitermachen konnte nach Moskau. Da gab es zum Beispiel diese Geschichte mit diesen drei Innenministeriums-Händis, die ja sehr berühmt geworden ist, nur damit man es nochmal versteht. Da gab es einen Bootsausflug im Juli 2017 und da war die Pressesprecherin des damaligen Innenministers Sobotka mit Spitzenbeamten in einem Boot. Das Boot hat gewackelt, die Spitzenbeamten mit ihren Händis sind ins Wasser gefallen und einer dieser Spitzenbeamten war der heutige Polizeidirektor Takatsch. Und der ist dann mit den drei Händis, die nass waren, am Dienstweg vorbei ins Bundesamt für Verfassungsschutz marschiert, um die Händis zu retten. Die Händis wurden da dummerweise nicht gerettet, sondern letztlich über Herrn Ott nach Moskau verkauft. Sie haben Herrn Takatsch zum Polizeidirektor ernannt vor zwei Jahren. Haben Sie in den letzten Tagen mal gefragt, warum er die Händis nicht am Dienstweg hat reparieren lassen? Ich würde Sie bitten, in diesen Dingen sehr sensibel und genauer zu bleiben. Er ist Bundespolizeidirektor. Das ist eine neue Form, die hier geschaffen wurde. Und er ist Bundespolizeidirektor und damit für die ganze Polizei in ganz Österreich. Aber was ändert das jetzt an meiner Frage? Weil das sein Titel ist. Ja. Sein Titel ist Bundespolizeidirektor. Meine Frage ist, haben Sie Herrn Takatsch in den... Sie bestehen darauf genau zu sein, daher bestehe ich auch darauf genau zu sein in diesen Fragen. Und Faktum ist, und da bitte ich Sie wirklich, in der sensiblen Frage, nicht eine Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Faktum ist, dass es hier durch diesen Ägister-Ott offensichtlich, und ich sage offensichtlich, weil es Gegenstand von Ermittlungen ist, offensichtlich hohe kriminelle Energie gab. Ich bin nicht bereit, dass man hier versucht, dass manche den Spieß versuchen umzutreten. Aber Herr Kanter, das versuche ich gar nicht. Das lasse ich nicht zu, weil die Behörden akribisch und genau ermittelt haben in diesen Dingen. Das haben Sie jetzt schon sehr häufig gesagt. Meine Frage war, haben Sie Herrn Takatsch, den höchstrangigen oder einer der höchstrangigen Polizisten im Land, gefragt in den letzten Tagen, warum er damals diese sehr sensiblen Handys am Dienstweg vorbei ins BVT gebracht hat, wo sie dann verschwunden sind? Sie werden jetzt sagen, ich wiederhole wieder etwas, und das tue ich gerne. Fast 100 Seiten ist dieser Haftbefehl lang. Und da sind viele Dinge, die ermittelt werden müssen, unter anderem auch diese von Ihnen genannten Handys, drei Handys, die hier offensichtlich... Aber Sie weichen Ihnen aus, Herr Kanter. Nein, ich weiche Ihnen gar nicht aus. Doch, die Frage war... Ich bin nicht zuständig für Ermittlungen. Ich bin nicht der Ermittler. Aber Sie sind für den Bundespolizeidirektor zuständig. Sie sind sein Vorgesetzter. Ich bin nicht der Ermittler. Ich bin dafür zuständig, dass die Ermittlungen konsequent in allen Richtungen, und das wissen Sie, da lege ich großen Wert darauf, in allen Richtungen konsequent und lügendlos und restlos geführt werden können. Das ist Aufgabe des politisch Verantwortlichen. Und daher werde ich mich nicht in Detail Ermittlungen einmischen. Das würde ich für falsch halten. Sonst würde man mir nämlich politische Einflussnahme vorwerfen. Und ich bin nicht bereit, politische Einfluss zu nehmen. Sie müssen mich bitte auch fragen lassen. Sie fragen mich die Antwort, Herr. Vielleicht ein bisschen kürzer, damit ich auch noch fragen kann. Herr Kanter, ich habe Sie natürlich nicht gefragt, warum Sie nicht politisch Einfluss nehmen, sondern ob Sie nicht einen Ihrer leitenden Beamten in der Polizei vielleicht fragen möchten, zu dem Sie ein Vertrauensverhältnis brauchen. Warum man Handys von Spitzenbeamten im Innenministerium nicht am Dienstweg reparieren lässt, sondern Sie am Dienstweg vorbei zu irgendjemandem im BVD bringt, der Sie dann verschwinden lässt, Richtung Moskau. Also ich würde Sie wirklich bitten, Herr Wolf, hier nicht eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen. Aber Sie können auch meine Frage beantworten, Herr Kahn. Darauf bestehe ich. Und nochmal, ich bespreche nicht Ermittlungen im Detail mit den Beamten. Sie sollen nicht ermitteln. Sie sollen auch mit den offensichtlichen Skandal mit schwerwiegenden Vorwürfen aufzuklären. Okay. Jetzt hat Herr Ott nicht nur diese drei Handys aus dem Innenministerium über Jan Marsalek nach Moskau geliefert, sondern auch einen oder mehrere streng geheime sogenannte SINA-Laptops ausländischer Geheimdienste. Wissen Sie mittlerweile, wie viele Laptops da gestohlen wurden, aus welchen Ländern und wie Sie zu Herrn Ott kamen? Herr Wolf, hohe kriminelle Energie in diesem Fall, das wurde in den letzten Tagen massiv bekannt. Sie wissen, ich bin Innenminister und nicht der oberste Ermittler in dieser Frage. Leiter des Ermittlungsverfahrens ist die Staatsanwaltschaft in Wien, die Aufträge zu den Ermittlungen auch gibt. Und die ist Herrin des Verfahrens. Und die Polizei ermittelt hier mit vollem Nachdruck, mit aller Konsequenz. Und daher werde ich nicht im Detail über einzelne Ermittlungsschritte informiert. Das ist nicht meine Aufgabe, das wissen Sie sehr genau, Herr Wolf. Aber danach habe ich Sie gar nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie schon wissen, wie viele von diesen Computern verschwunden sind, wo die herkamen. Wie gesagt, es kommen praktisch stündlich durch mediale Berichterstattung, weil ja viele Menschen auch Akteneinsicht haben, stündlich irgendwelche neuen Details ans Tageslicht. Das sind offensichtlich Details aus den Ermittlungen. Und wie gesagt, ich bin nicht bereit, aus den Ermittlungen Details bekannt zu geben, weil man mir sonst, und ich bleibe dabei, sonst politische Einflussnahme vorwerfen würde. Und dazu bin ich nicht bereit. Wissen Sie, woher diese Sina-Laptops kamen und können es nur nicht sagen, oder wissen Sie es nicht? Ich werde Ihnen keine Details zu Ermittlungen sagen. Okay, jetzt sagen Sie, aber das hatten wir jetzt schon. Herr Kahn, ich muss mal auf die Zeit schauen, das hatten wir jetzt wirklich schon ein dutzend Mal. Herr Kahn, es geht hier um den Staatsschutz und Nachrichtendienst, um schwere Vorwürfe der Spionage gegenüber Österreich, gegen Geheimnisverrat gegenüber Österreich. Herr Kahn, das haben wir alles berichtet. Ich würde gerne eine Frage stellen. Und der DSN, ich möchte Ihnen das nur sagen, es ist wichtig auch für die Zuseher, Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Damit diese erfolgreich arbeiten kann, bedarf sie internationale Kontakte. Und die hat sie jetzt wieder, diese internationalen Kontakte, diese internationale Vernetzung. Weil sie sich auf die Vertraulichkeit auch verlassen kann. Und nicht, dass passiert ist, was offensichtlich Teil der Ermittlungen ist, nämlich, dass hier Spionage betrieben wurde durch einen Handlanger aus Österreich. Jetzt machen Sie ja Herrn Kickl dafür verantwortlich, der 18 Monate lang Innenminister war. Aber Herr Kickl war ja nicht ganz allein im Innenministerium. Er hatte eine Staatssekretärin aus der ÖVP, Frau Edtstadler. Wenn das alles so arg war, wie Sie sagen, hat Frau Edtstadler von dem nichts mitbekommen? Auch da würde ich Sie bitten, dass Sie mich korrekt zitieren. Ich habe heute gesagt, vor dem Nationalen Sicherheitsrat, habe einige Fakten beschrieben. Faktum ist, und darüber haben Sie auch davor im Bericht kurz gesprochen, dass es im Jahr 2018 eine Hausdurchsuchung im BVT gab, rechtswidrig, durch das Oberlandesgericht Wien auch nachgewiesen, rechtswidrig, weil diese Hausdurchsuchung überschießend war. Damals war Innenminister Herbert Kickl verantwortlich. Justizminister ÖVP Moser. Erstens. Zweitens. Das sind Fakten, die ich beschreibe. Weil sonst nicht. Zweitens sage ich dazu, Faktum ist auch, dass wir in Europa zunehmen, auch in Deutschland, damit auch in Österreich, beispielsweise zu Beginn des Jahres einen Angriff, unter Anführungszeichen, durch sogenannte 30.000 Social Bots. Das sind mit künstlicher Intelligenz generiert. Aber was hat das jetzt mit Kickl zu tun? Darf ich Ihnen versuchen, das zu erklären, Herr Herbert? Aber das dauert sehr lang. Was hat das mit Herrn Kickl zu tun? Wir haben ja Zeit, dass wir das ordentlich verantworten. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Was hat das mit Herrn Kickl zu tun? 30.000 Social Bots. Das ist mit künstlicher Intelligenz erzeugte Twitter-Accounts, die Propaganda für Russland machen. Faktum zwei. Faktum drei ist auch, dass es eine einzige Partei in Österreich gibt, nämlich die FPÖ, die einen Freundschaftsvertrag mit der Partei Putins, mit der Partei Russlands hat. Das sind die Fakten, die ich heute gesagt habe. Darf ich noch ein Faktum ergänzen, Herr Kanner? Nicht mehr und nicht weniger. Lassen Sie mich bitte noch ein Faktum ergänzen. Dieser Freundschaftsvertrag stammt aus dem Jahr 2016. Und Ende 2017 hat ÖVP-Bundeskanzler Kurz Herrn Kickl zum Chef des Innenministeriums und damit des Verfassungsschutzes gemacht und Herrn Kunasek zum Chef des Verteidigungsministeriums und damit zum Chef der beiden anderen Geheimdienste in Österreich gemacht. Wenn das so problematisch war, dass die FPÖ diesen Vertrag hatte, was wirklich viele Leute glauben, warum hat man dann dieser Partei alle drei Geheimdienste in Österreich überantwortet? Wie gesagt, ich kenne keine andere Partei, die einen Freundschaftsvertrag mit Putin hat oder hatte. Und die ÖVP hat diese zwei Männer zum Minister gemacht. Wir können jetzt sehr intensiv noch über 2017, 2018 sprechen. Faktum ist jetzt, dass wir heute einen nationalen Sicherheitsrat hatten und tagten, wo wir ganz konsequent daran arbeiten müssen, dass diese Dinge, die jetzt da sind, lücklos aufgedeckt werden. Sie weichen wir schon wieder aus. Ich möchte nur noch sagen, ich zitiere an dieser Stelle nochmal den Bundespräsidenten, der heute gesagt hat, seien wir doch froh, dass etwas aufgedeckt wurde. Und das bitte ich Sie einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass die Polizei hier exzellente Arbeit auch geleistet hat. Und wir sind froh, aber offenbar in der Vergangenheit nicht. Sie verlangen als Konsequenz jetzt erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten. Das kann ich so nicht stehen haben, das stimmt einfach nicht. 2017 die erste Suspendierung. Ich kann das nicht akzeptieren, dass Sie sagen, in der Vergangenheit wurde das nicht gemacht. Aber Herr Kahner, erst jetzt sind Sie darauf gekommen, oder die Polizei ist erst jetzt darauf gekommen, dass Herr Otto schon 2016, 2017 hunderte illegale Abfragen durchgeführt hat und dafür sehr viel Geld bekommen hat. Das vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. Jetzt verlangen Sie als Konsequenz erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten für den Staatsschutz und für die Polizei. Aber diese Abkehrmöglichkeiten hätten an diesem Skandal ja überhaupt nichts verhindert. Und soll man ausgerechnet einem Amt, in dem über Jahre illegale Datenabfragen durchgeführt wurden, die niemandem aufgefallen sind, noch mehr Überwachungsmöglichkeiten geben? Also ich bin etwas überrascht, dass Sie so genau in die Ermittlungen eingebunden sind, dass Sie sagen, die neuen, möglichen, modernen Methoden, zeitgemäßen Methoden der Internet-Telefonieüberwachung hätten nichts gebracht. Die Ermittler aus unserem Ressort sagen, sehr wohl wäre das wichtig und notwendig, gerade um Spionage abzuwehren, um Terror zu verhindern, weil das eben die neuen Techniken sind, die heute Standard letztendlich sind, auch bei anderen internationalen Diensten. Und vielleicht nur, Sie kennen wahrscheinlich ganz sicher die Wiener Stadtzeitung Falter, auch die hat vor knapp einem Jahr darüber geschrieben, dass es Sinn machen würde, mehr Befugnisse der DSN auch zu geben, damit man hier auf Augenhöhe auch ermitteln kann. Letzte Frage noch, haben Sie nicht ein dringenderes anderes Problem im DSN? Nämlich, daraus kümmern sich auch, berichtet die Staatszeitung Falter, nur fünf Beamte um russische Spionage in Österreich. Und dieser russisch-russlandkritische Investigativjournalist Grosev, der aus Österreich flüchten musste, weil ihn offensichtlich die österreichischen Behörden nicht beschützen konnten vor Russland, sagt, es gibt in dieser Stadt mehr russische Agenten, Spitzel und Handlanger als Polizisten. Möchten Sie nicht dringend mehr Personal im DSN? Ich würde bitten, dass er flüchten musste, das kann ich so nicht stehen lassen, denn er hat großen Schutz genießt, dieser Journalist, das wissen Sie, und war in engen Kontakt mit den österreichischen Behörden, das ist essentiell. Das möchte ich nur an dieser Stelle sagen, weil sonst bleibt etwas stehen, was so nicht stehen bleiben kann. Erstens. Zweitens haben wir insgesamt eine Personal-Offensive gestartet, auch für die DSN, für Direktion und Staatsschutz und Nachrichtendienst. Aber das wissen Sie auch sicherlich, nachdem Sie internationaler Beobachter sind, dass Nachrichtendienste nicht über die Gesamtzahl und auch nicht über die einzelnen Bereiche Ihres Personals auch sprechen. Das ist international nicht üblich, das wissen Sie. Aber Sie können davon ausgehen, dass wenn, und das ist derzeit eines der brennendsten Probleme, nämlich russische Spionage, dass dort auch ausreichend Personal gerade für diesen Bereich auch zur Verfügung steht. Herr Innenminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, Herr Wolf. Und wir haben natürlich auch die FPÖ, konkret Generalsekretär Hafernecker, um ein Interview zu dem Thema gebeten. Er hat uns leider für die gesamte Woche abgesagt. Vielen Dank, Herr Wolf.